Und damit Leute, willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Ihr habt es gesehen, ich habe meinen Führerschein bestanden. Letzten Mittwoch am 16.06. hatte ich meine praktische Prüfung und ja, war für ZD mit meinen Eltern zusammen. Das ist ein Schicksal-Fishou 308 SW GT-Fahren, 177 PS, verliebter Titel, der 400 Nm Drehmoment hat, wenn du den durchdrückst, alter. Ja, ihr habt den Sportmodus gesehen, ich habe nicht mal voll durchgedrückt. Der geht schon gut ab, Leute. Also hat Power unter der Haube. Und ich weiß nicht, das erste Mal, mit dem ich ja abends gedacht habe, ich befestige es einfach mal da drinnen im Auto, die GoPro. Da drin, Leute, hier drin, Hero 8 Black, da ist die GoPro befestigt. Und ja, es macht einfach Laune, unser Auto zu fahren. Ich nehme jetzt gerade mit meinem Handy auf, weil ich hatte jetzt eben keinen Bock, dass ich die GoPro jetzt komplett ausbaue. Und ja, meine Mutter ist gerade beim Friseur, die muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Und ich chill jetzt hier ins Dessen draußen einfach am Auto. Und dann zeige ich euch noch ein paar Ausmiete dann von der Rückfahrt, weil es macht ziemlich Laune, dieses Auto zu fahren. Klimaanlage aber. Ja. 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 Ah, ist das ätzend. Ja, weil ich jetzt so einen langsamen Meter vor mir hab. Es ist noch nicht mal vollgehasst. 13.5 Stunden zu vertreiben. 13.5 Stunden zu vertreiben. 14.5 Stunden zu vertreiben. 15.5 Stunden zu vertreiben. Der macht gerade aus, oder? 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 Ja, aber jetzt habe ich Angst, dich da hinzufahren zu lassen. Wo? Wenn du dich redest, wird es ja parken. Wo, hier? Nein, da drauf schon. Aber ich habe Angst, dass du es umfasst. Du musst erst mal wenden. Hä? Du musst erst mal wenden. Du wendest jetzt mal gerade aus. Du wendest jetzt hier schnell. Vorsichtig. Ich glaube, da passt es nicht rein, eigentlich. Ich glaube, da passt es auch nicht rein. Eigentlich hätte ich vorne hineinfahren müssen. Soll ich fahren? Dann rein? Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn wir die Folgen starten, sind wir beim Arsch. Dann ist es ja. Ich fahre, wie schnell ist das da? Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Da kann man auch da drin nicht. Da kannst du rein. Mach mal so hin ein bisschen. Vielleicht rückwärts, wenn du reinfasst. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Okay, stopp, stopp. Ja, jetzt. Ja, aber du fährst schon viel zu weit. Du musst ja nicht ganz nah an dem Ding sein. Rückwärts? Nein. Ganz schnell, geh. Schlag mal ein. Aufhören. Okay, jetzt fahren. Schlag zurück, schlag zurück. Schlag zurück. Nein. Nein. Du kannst stehen lassen, nicht wahr? Ja, gleich da. Also. Mach aus. Ich finde es halt zu besser. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja. Da geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020